und ich habe kein abfassort mehr verdammt hallo und herzlich willkommen zurück bei roach legacy joa heute mal äh mit so go coven äh ne können wir nehmen 320 attack up unlock shinobi jetzt gehen wir erstmal hier drauf und sparen wir mal auf den shinobi 500 gold sollten wir eigentlich hinbekommen so rein da zack zack oh jetzt fängt es am langen zu regnen draußen mann ich nehme hier immer noch um 5 uhr morgens auf für die leute die es einfach mal interessiert ich muss heute abend dringend schlafen mann jetzt bin ich dann so im arsch ok in das gold komme ich aber nicht dran das ist ein bisschen schade so ja da muss man dann echt one hit machen weil sonst ist es scheiße so war das ein critical ich weiß es mir ich habe es jetzt gar nicht gesehen scheiße nein wie kann man denn so blitzern zack ups ähm das ist jetzt schwierig ja ne so naja es ging noch einigermaßen so wo sind wir denn hier was habe ich eigentlich achso die 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 klinge die ist natürlich scheiße ok die klinge war jetzt geil scheiße man wieso kacke ich denn so dammit wie viel gold haben wir denn ja können wir nehmen ähm 120 ja toll kann ich gar nichts anfangen genau gar nichts ach der hat sonst ach der hat das gesplittet oder was ist ja geil der kann vieles oder vielleicht auch nicht nur ja so 30 mp schauen wir mal erstmal am anfang hier mal alles kaputt machen das kommt doch immer gut komm schon schieß mal gold haben wir da nichts so schon mal 150 heilige scheiße ja die können mir ja nichts ne frag ist nur ich würde gerne da rein aber ich bin halt nicht winzig äh warte mal ich bin ich da überhaupt tot naja so auf umwegen äh defeat all enemies ahja was geht was geht was geht mit diesem raum ne komm schon what Junge was ist da los ja genau springen in das da schmeiß ich vor Wut schon mal ein Mikrofon um hier Junge das ist schissel man nizzle gut scheiße gut scheiße 290 ja ist ja klar ja nehmen wir Equip ab what the fuck äh ja ich hab einfach mal das Bild umgekehrt das ist scheiße bleibt das jetzt so what the fuck wie soll ich denn so spielen okay es wird spannend ne gold ich seh das gold schon gar nicht mehr oh man okay äh das kann man doch nicht spielen da braucht man ja Skills die ich nicht auch hä okay ja oder man springt einfach so durch und stirbt einfach gleich wenn man es eh nicht schaffen wird länger als zwei Minuten zu überleben was war das denn scheiße man jetzt ist das Bild umgedreht verdammt bläh hmm ad hd haben wir jetzt also die Vorstufe von adhs das heißt what the fuck sind wir schnell wow ups okay und natürlich skinny heilige scheiße das ist ja wie Michael Jackson auf Speed hier Junge öh ja gut aber dadurch kann man nicht so schnell getroffen werden ne mal gucken müssen wir mal schauen was jetzt wie sich das jetzt entwickelt so hier hoch hier hoch hier hoch hier hoch hier hoch und hier weiter alter what the fuck sind wir schnell Junge damit kommen wir ja gar nicht klar ja ja lauf noch rein ja da komm doch mal hoch man wieso mache ich eigentlich nur so wenig Schaden überhaupt ne 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 bin ich eigentlich winzig ist das gar nicht komm so auf jeden Fall sind wir übelts schnell oh mein Handy hätte ich vielleicht vorher mal ausmachen sollen so what was geht's denn hier oh Hedgehogs Curse Item found sehr geil öh das ist ja das ist ja besonders fies hier irgendwie das ist ja irgendwie mal besonders fies den da zu positionieren so geh weg geh weg ah lol lol das ist ein bisschen fail no jumping äh ja gut das der Zauber war geil aber es hat nicht funktioniert what the fuck wie oft bin ich in dieser Folge schon gestorben ich muss echt besser werden man ich muss eigentlich ich will mir mal ein bisschen skillen so offscreen naja 180 da können wir nicht mit viel mit anfangen würde ich jetzt einfach mal behaupten oh doch oh dann haben wir jetzt noch den Helm ich hätte gerne ein bisschen Abfelsaft noch aber mein Abfelsaft ist leer nimm 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 muss ich mal gucken dann es gibt nachher erstmal zum Frühstück also in einer Stunde ungefähr oder auch in zwei gibt es dann erstmal fett äh was gibt es denn überhaupt Bacon and Egg voll geil okay jetzt müssen wir das Bild klar machen okay oder wir hüpfen einfach mitten rein wie wir es eigentlich immer machen das ist eigentlich das Beste was man machen kann so so ich will gar nicht ich will noch gar nicht drunter oh da alter alter renn einfach durch ja es hat doch super geklappt was habt ihr so wo geht es oh ich hasse diese Viecher pass mal auf äh ja schieß das mal und dann können wir hier hoch ich hätte gerne einen Doppelsprung irgendwie muss ich mir da mal oh ich hasse Clowns besonders wenn sie in wackelnden Bildern hängen noch ein bisschen Gold so 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 das wackelt nicht na ich dieses Bild das nervt ein bisschen so das Gold tue ich mir jetzt mal nicht boah so Bossraum äh tjo ich bin echt bereit zu verkacken ich hab genug Gold gehen wir nochmal rein haben die das lauter gemacht man die haben das lauter und stärker gemacht scheiße war das jetzt laut am Anfang ich will jetzt auch schrucken ey alter 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 naja einen machen wir noch äh so was können wir denn mal ich würde äh das hier mal ne shinobi ja cool class unlocked shinobi a super fast super deadly warrior who wears a super heat headband they can't take a lot of hits but they can dish out the pain believe it gut lower charon's stall by learning how better with that itself okay das wäre auch cool critical chunks chance chance ab ja da müssen wir noch ein bisschen sparen upgrade mage ja das können wir später machen hier können wir was können wir denn machen 200 ja warum nicht was man hat das hat man oh jetzt hab ich nochmal geklickt was man hat das hat man so ja da müssen wir nochmal gucken dass wir noch ein bisschen geld bekommen äh ich hätte jetzt da müssen wir mal gucken dass ich jetzt nochmal bis zum boss komme weil jetzt hab ich dieses schwert was äh schaden über zeit macht ich muss komm mal mein kopf richtig absetzen ich muss einfach weiterlaufen man scheiße man scheiße man scheiße man oh ich hasse solche level okay ne solche solche level hasse ich auch ich hasse einfach alle level in diesem spiel ich hasse dieses spiel siehste ich komme damit irgendwie nicht klar das ist wahrscheinlich ja es liegt daran dass ich müde bin und immer viel zu übermüdet aufnehme ach es liegt auch daran dass die letzten tage keine folge kam und ich wollte jetzt auch nicht zu lange warten und naja so ist das jetzt entstanden diese situation ne jetzt schubs mich runter na klar hast du drauf hast du voll drauf jung hast du voll drauf man ja was ist da los was ist da los so das Bild lebt nicht oh Gott sei Dank geht's one head okay was haben wir hier okay cool einfach mal so magischer Brunnen wir haben 225 Leben oder HP wenn wir jetzt mit Bossgegnern begegnen würden das wäre voll geil hm die auch einfach mal keinen Fallschaden nimmt aus dieser Höhe man schon krass ach damit malし was haben wir da keine Kiste ja da muss man ja Schaden bekommen aber dafür noch ein bisschen Gold ja ich habe doch äh okay damit ist das ganze Leben schon wieder weg Was wir uns verdient haben. So. Na komm schon. Ob das Bild lebt, dann müssen wir... Oh, noch mehr Gold. Oh, geil, 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 geil. Ja, da können wir richtig viel festschalten, die Runde. Ich laufe auch noch rein, ich war Idiot. Okay, das... Das haben wir. Mann! Geh tot, so. Na, ein bisschen HP noch. Ja, so. Äh, ein bisschen HP haben wir noch bekommen. Defeat all enemies. Hehehe, lol. Lol. Ja, das wird wohl nichts heute. Gehen wir mal hier rüber. Joa, das funktioniert eigentlich ganz easy, das Level. Uh, wenn man da natürlich nicht genau reinläuft. Oder getroffen wird, je nachdem. Scheiße. Ja gut, das passt eigentlich ganz gut. Jetzt machen wir 15 Minuten. Wir machen noch schnell... Das ist Shinobi. Können wir eigentlich mal ausbilden. Machen wir noch schnell hier ein paar Upgrades. Machen wir hier... Ah, es ist 940. Critical Chainsab. Oh, da ist ein Baum gewachsen. Cool. Ähm. Dann machen wir noch ein bisschen HP ab. Hier, komm. Was kostet die Welt? Was ist das da unten? Critical Damage Up. Ah ja, cool. Okay. Gut, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bei Roadshack C. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.